Hier bin ich richtig, Wahlhelfer. Aktuell werden 4.000 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in Dresden gesucht. Und ich bin jetzt hier bei der Arbeitsgruppe Wahlhelfer, um mich dafür anzumelden. Guten Tag! Ich danke dir nicht herzlich und vier Wochen für die Wahl. Sie wollen uns das beruflich schreiben. Guten Tag, ich würde mich gerne als Wahlhelferin bei Ihnen anwenden. Da sind Sie hier richtig, da wollte ich noch ein bisschen Ihren Namen, da könnte ich Sie in unserer Datenbank aufwenden. Alle Wagen. Okay, da habe ich Sie auch schon gefunden. Ich würde Ihre Daten jetzt abgleichen und dann schauen wir mal, wo wir Ihnen einzuspielen.